Wolfsberg durch Heldquist. Und das ist ein neuer Mann. Und der führt sich hier prima ein. Das ist schon Tour Nr. 3 in der Vorbereitungsphase. Ja, das geht natürlich zu einfach, wie er sich da durchsetzen kann. 2-0 Wolfsberg nach elf Spielminuten. Also damit hätte man nun gar nicht unbedingt nehmen können. Aber das machen sie stark. Hinten stehen sie gut. Und dann wird sehr schnell nach vorne gespielt. Das funktioniert. Das ist der von Ludwig Hübauer. Hier ein Heldquist, der sich dagegen zwei Schalker durchsetzen kann. Und auch noch Spuren mit Dupiro kann. Ja, das ist nicht gut verteidigt. Auch nicht von Dupiro. Der 32er macht er, was er will, der Heldquist. Und auch der 24er.